ja okay das heißt ich muss auf jeden fall da hoch ach und da sieht oder ist es das heißen vom kram ja da 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 nicht okay wir müssen wohl irgendwie da hochkommen frage ist nun wie wir da hochkommen piss off ja da hat wohl einer sein geschäft hinterlegt äh claptrap ich kann dir jetzt nicht sagen wie ich jetzt hier hochkomme doch ich kann dir sagen wie ich hier hochkomme ich dachte schon disco musik ok ok da haben wir natürlich wieder ein paar gegner oh ein paar gegner ist gut platz nach platz schneller nach ok an der von hinten kommen sie nicht die direkste gekommene von vorne ja komm komm wo kommt der denn her der hat ja auch was erlaubt ach wie kommen die treppe hoch ich idiot so aber jetzt wird es wieder ein bisschen der hat mich doch tatsächlich die treppe runter geschossen alter komm schneller lad 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 na und jetzt ach gott der macht mich leicht ein wenig fertig ja komm solange sie an sich selbst glauben kann nichts sie wirklich tun außer handsome jack ja ich weiß ich hätte besser die shotgun nehmen sollen ich idiot oh man oh man ja claptrap ich zieh dich sofort hoch keine sorge alter wo kommt die denn jetzt wieder her mein gott oh so lad nach geh um die ecke und schieß den arschloch tot ja mich tritt sie nicht ne ach hier hier ist also eine noob phase habe ich das gefühl eat it ne ihr habt ihr habt wirklich keinen hunger ok ab da oben ging es ja los und ab da oben nehmen wir jetzt auch die shotgun ja sauber ja noch besser ja das klappt ja wunderbar wie du da hoch kommst so also wir nehmen jetzt die shotgun auch wenn die leider nur natürlich komme irgendwie den will ich ganz und gar nicht anfassen ok die können ruhig hier runter kommen die arschlöcher ich habe hier nämlich meine waffe ok komm komm ja komm ok solange die da oben auf der treppe sind habe ich echt ne so bleib da bleib da warum ja alter bin ich doof und wo schießt der denn von da oben von der treppe komm doch ne das war nur ein scherz also du kannst auch ruhig da bleiben ich nehme echt lieber meine shotgun weil die arschkrampen mir hier auf den nerven gehen und jetzt wieder tausend gegner sieht grad nicht so aus doch da sind wieder welche wo von wo von wo ach so meine wache wieder ausgepackt so du auch noch so lad nach ja komm 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 noch einer so und die sind wahrscheinlich vor mir jawoll ey warum treffe ich den denn nicht killermarauder die sind stark anscheinend na komm so du da auch noch sehr schön lass nach na dann erst du sehr schön ja du hast natürlich einen stählernden fuß alter jetzt fackt der kleine richten stauner ab ja komm komm doch sehr schön jetzt mal ein bisschen früher machen können ja gleich haben wir wieder das problem mit der munition bleibt doch mal stehen endlich so so und so jetzt müsste wir nur noch einen sack haben der da hinten rum steht irgendwo ja komm ach wann hat der denn die granate geworfen ich will nicht sterben ok ja das kannst du jetzt machen ich glaube meine organe sind krass was war das denn was war das denn bitte wieder es war wieder durchaus peinlich voll ich hätte gern die passende munition und naja geld immer alles nur um gelten im spiel was haben wir denn hier eine waffe die ist gut die nehmen wir dafür tun wir die hier weg und nehmen jetzt diese waffe hier was haben wir denn hier schönes da unten nee ach hier haben wir noch munition geht doch so wie komme ich jetzt an den kran aha das ist nur Zeit untertan auf unbewertlichen Plattformen umzustehen ist meine drittliebste Lieblingsbeschäftigung ha 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 das ist ein schneller kran finde Flint dich werden wir finden Junge glaub's mir und dann hat dein letzte Spindlein geschlagen juhu warte mal bitte eben ich muss mal eben rechnen eine schwierige Matheaufgabe kleinen Moment und die Aufgabe ist gelöst es ging um die Aufnahmezeit ach so wo haben wir denn das ist ein hervorragender Tag für den Kapitalismus äh ja ne 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 sniper ne was haben wir denn aus Sold haben wir gar nichts für mich ne ich bin sicher dass wir das schon bald wieder holen werden ne komm raus Flint deine Klettrap Einheit ist wieder da oh oh Flammen sind immer böse nur ein Folterpüppchen Jungs heizt ihn ein Captain Flint burn baby burn brenne baby brenne 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 für die deutsche Versetzung Anusse es tut mir leid Captain Flint sir bitte versangen sie mich nicht wieder hier müssen wir glaub ich auch mit der Shotgun ran ich bin hier grad kein Gegner da hinter alter ok doch nicht äh dann lad schneller nach bevor wir gleich tot so alter warum bin ich denn schon fast im Eimer dann laden wir so nach da kommt mir irgendeine auf die Ferse sehr schön ja ab da rein da rein sollst du geh doch da rein danke fach im Eimer ok wo ist er denn ja sehr schön lad nach hör auf hör auf Granaten hier rein zu werfen blöder Penner so hier hinten dürfst du mich eigentlich nicht treffen du Arschloch da hinten ja ich wollte schon sagen du lachst dich doch jetzt hier wohl nicht kaputt irgendwo haben wir da auch noch einen wo ist er denn wo ist er denn komm 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 da hinten ins Kopf flinkt das blöde Arschloch ok da müssen wir uns aber später drum kümmern ok ok so noch ein Gegner wie es aussieht und dann Captain Flynn und was war der da nein da sind noch mehrere wow 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 geht der ganz schön ab hier soo nachladen ist jetzt schon Captain Flynn dran nein noch nicht ach du scheiße treff ihn treff ihn ja meine Beine sind auch schon oh jetzt kommt er jetzt kommt er Alter wieso brenne ich ja so wunderbar im Turbo-Modus Alter Captain Flynn verpiss dich